Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Call of Duty Warzone, hier bei mir, Dave, den Analphabet, habe schon einen Punkt gesetzt, so sieht die Zone aus und mal schauen wie es heute wird und ja, das was ich halt gesetzt habe liegt zwar nicht in der Zone und ich bin pro Mutes, dass wir es trotzdem in der Zone schaffen, hoffe ich, egal. So, jetzt konzentraten, ich hoffe, es springt keiner mit mir an derselben Stelle ab, dass wir wenigstens in Ruhe looten können, aber ich habe so ein Gefühl, es ist mir einer gefolgt. So, jetzt bräuchten wir nur noch Shield ein bisschen und dann läuft die Sache, mal Upgrade laden, erhöht die Stärke. Finde ich zu meines Erachtens. Oh, zwei goldene, äh, bronzene Kisten meine ich. Gott, sorry. Gerade am Anfang, die ich immer so schnell wie möglich hier alles gelootet habe, um ready zu sein, bevor mich irgendeiner überrascht. Deswegen bin ich meistens am Anfang immer so hektisch, mir alle Kisten zu öffnen. Aber wenn ich es einmal dann habe, dann habe ich es. Und ja, gucken wir jetzt erst mal hier oben noch. Ne? Gut, jetzt gucken wir jetzt erst mal, ob wir jetzt als nächstes machen. Da ist schon der Erste. Da kommt er jetzt zu mir. Hm, hätten wir das jetzt tun sollen? Egal, mal gespannt, was er jetzt macht. Okay. Unser erster Kill. Ich hoffe, inständig, der hat irgendwelche Rüsten. Obwohl, wir können hier bei den Händlern, wenn wir schnell genug sind, nachkaufen. Genug Geld haben wir, ja. Sollte ich erst mal hier rein. Deckung schieben. Ah, der war hier. Also ist alles hier gelootet worden. So, UAV. Okay, hier hinten eine Bunkeranlage ist einer. Quasi hinter mir, wo ich hergekommen bin, ist auch einer. Versuchen wir mal, den zu finishen. Naja, solange die Sohn noch, naja, solange die halt noch rumlaufen können, ist das gut. Der muss ja so oder so hier in der Richtung hin. Problem ist, mein Radar ist jetzt verschwunden. Der muss ja jetzt gleich hier vorbei. Frage ist nur, was macht er jetzt? Oder wo ist der jetzt, besser gesagt? Okay. Da ist er. Okay. Ich werde noch nicht mal das Schild aufgeladen. Okay. Oh, der war schon im Gulag. Nein, nein, nein. Leute, wie viele waren hier? Okay, dann im Gulag. Bis gleich. So. Ein Gulag drin mit einer ganz doben Matte. Da war er. Da war er. Nein. Nein. Ach. Im Himmels Willen. Okay. Da lasse ich mich auf mich sitzen. Ich lege noch mal eine Runde nach. Dann bis gleich. So. Da wäre ich wieder. Okay. Also. Sohn ist dieses Mal richtig ekelhaft. Und ich weiß gar nicht, wo wir jetzt genau abspringen sollen. Springen wir halt hier ab. Da habe ich meistens immer ein gutes Gelingen. Mal gespannt, ob irgendeiner mit mir hier runter geht. Oh, ne. Okay. Dann sind wir jetzt schon wieder im Gulag. Gut. Der Sonderbein jetzt ist gelötet. Ein bisschen fail. Ähm. Erstmal Fallschirm ziehen. Gucken, wo wir landen. Ja. Gehen wir mal da hin. Na, auch wenn was war ich da gerade am Kämpfen. Mit gutes Gelingen, dass wir das hier hinbekommen. Weil wenn hier schon die Scheibe kaputt war. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Sie scheiden nur so viel Lärm machen müssen. Komm, schälen wir dich. Hier mal eine Miene hin. Mal gucken, ob wir damit einen killen können. Okay. Ich behalte jetzt mal die Acker, weil Schalldämpfer drauf. Außer die Schalldämpfer drauf. Außer die Schalldämpfer. Schauen wir mal, ob wir hier was erhaschen können. Ähm. Hier durch. Gut. Ist jetzt total auffällig, aber... Naja. Egal. Ich hoffe, wir können hier noch in Ruhe looten. Hm. Sollten wir die Acker... Ja. Keine Ahnung, warum ich das jetzt aufgehoben habe, aber vielleicht kann es uns ja helfen. So, jetzt müssen wir hier vorsichtig sein. Sehr viel Money hier. Orangene Kiste. Gut, ein besseres MG. Okay. So. Mal hier einschmeißen. Muss nachtanken. Munition. Okay. Oh shit. Wir müssen auch ganz schnell in der Zone. Das habe ich jetzt gerade nicht so bei der ganzen Nummer hier berechnet. Ne. Ich war gerade kurzzeitig an überlegen, ob wir den Händler hier noch in Beschlag nehmen, um einen Airdrop zu holen. Vielleicht wird sich das jetzt als Fehler erweisen. Wer weiß, wer weiß. Das Problem ist, wir müssen rüber. Und das ist ja meistens echt immer schmerzhaft. Zumindest ist das kein gutes Gefühl, wie man es nimmt. Ich bin froh, wenn wir es vielleicht nach drüben schaffen. Bei den Ghoulak können wir ja jetzt nicht mehr. Deswegen müssen wir halt jetzt ein bisschen vorsichtiger sein. Und ich muss mich mehr konzentrieren. Oh man. Es wird sowieso Save Call auffallen. Okay. Gutes Gelingen. Komm runter. Komm. So. Gut. 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 Jetzt haben wir unser Equipment. Jetzt müssen wir nur es schaffen, weiterzukommen. Oh man. Das Stadion halt. Viel zu viele Schüsse höre ich da. Hier in den Bereich rumzulaufen ist sowieso meines Erachtens mega gefährlich geworden, seit man hier reinlaufen kann. Ja. Und schon Steps vernommen. Hm. Oh Gott. Okay. Ich hoffe es hat euch wieder mal gefallen, auch wenn jetzt zwei Runden fail waren. Aber wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Oder netten Kommentar. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Runde von Call of Duty War Song. Haut rein. Ciao. und zu ebenso. Ist seitdem wir köprung those zwei Runden perpetualan Fragen Teigungen ja so ganz so ist, wie es kürlle wäre? Wie wird das denn? Was jetzt seht ihr? Oh Gott? Ich bin Mindestie街te Hof.